Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute Anni Sedak. Was geht ab, Anni Sedak? Hast du gute Laune? Anni Sedak, wie ist deine Laune gerade, Alter? Erzähl mir mal. Sehr schön, Anni. Ich hab richtig Bock drauf, Alter. Wir schauen uns nämlich heute romantische Twitch-Geschichten an und... Hast du ein Megafon? Ne, ne, das ist mein Gesicht einfach, was so schreit. Wir schauen uns heute romantische Twitch-Clips an. Ich kann nicht reden einfach. Und Heiratsanträge auf Twitch tatsächlich. Das wird ganz nice und ganz süß. Und ich dachte mir, wir ziehen das mal ganz kurz rein. Hier haben wir eine Streamerin, da gibt es einen Whisky-Shot für 5 Euro. Für 9 Euro gibt es einen Tiddy-Shot. Keine Ahnung, was das soll. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Let's go. Oh, hell no. Und she doesn't know. She doesn't know. Schöner Ring auf jeden Fall. Da ist ein fetter Brilli drin. Siehst du das? Das ist ein geiler Ring. Das ist ein hübscher Ring, ja. Ich weiß gar nicht, wie so Verlobungsring... Ob das jetzt ein krasser Klunker ist oder nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ein Verlobungsring kostet. Keine Ahnung. Okay, wir kommen jetzt. Der ist das süß, Alter. Der ist schon damn unromantisch, aber es ist süß. Einfach was von Harassenthal. Aber real talk, guck mal, wenn ihr live, dieses Streamer live ist, dann ist das voll fein, finde ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, man hätte das auch krasser machen können, eventuell in einem IRL-Streamer. Vielleicht wollt ihr unbedingt on-stream-proposen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Verstehe ich. Vielleicht ist das genauso... Das kommt, das ist von außen betrachtet, sehe ich das auch mal. Ich denke mir so, boah, da hätte man was krasseres draus machen können. Aber ganz ehrlich, wenn so zwei Personen sich finden und sagen, yo, es ist voll nice, wenn der einfach auf der Couch mir einen Ring rüberslide und sagt so, Bock, dann ist das irgendwie... Wenn das deren Art ist, ist das doch fein, weißt du? Ja, ich finde es schon, aber irgendwie, keine Ahnung. Er hat halt gar nichts gesagt mit dem Ring hingehalten. Ich meine, ja, das sagt mehr als tausend Worte, aber ich hätte es noch schöner gefunden, hätte der noch irgendwie noch so zwei, drei schöne Worte gesagt. Einfach, weil es auch vor so vielen Leuten ist, weißt du? Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Weißt du nicht, vielleicht gucken nur zehn Leute zu. Du weißt gar nicht, wie viele Leute zuschauen. Ey, der hat ja gar nicht gefragt, der hat dir nur einen Ring geschenkt. Stell dir mal vor. Was ist einer? Wie kriegt man eigentlich die Ringgröße von jemandem raus? Ich wäre so dumm, ich würde mit so einem Maßband nachts einfach ausmessen oder so. Was machst du da? Gar nichts, gar nichts. Ich vermesse nur deinen Körper, falls du stirbst, damit das Kremato... Ist egal. Voll cool. Ja, also ich glaube, man nimmt eigentlich so einen Ring, der schon passt und gibt das so ab. Show it off. Come on, show it off. Okay, ich glaube, jetzt würde ich nur für den Stream gemacht, absolut ehrenlos. Ja, oder als Ass. Also irgendwie so ein bisschen, show it up, show it up, komm, zeig, was ich dem für einen krassen Dreh geschenkt habe. Ist ganz süß. Hier hat jemand während der E3 gemacht. Oh mein, okay, das ist wieder cool. Du guck mal, das ist geil. Das ist so awkward gerade, die Frau sitzt da einfach und ist so, was? Und guck mal, das ist wieder cool, weißt du, was ich meine? Genau, weil er halt was sagt. Das ist geil. Live in dem A-Stream und was glaubst du, was EA nochmal da gesagt hat? Danke, Alter, für diesen viral Moment, da zahlen wir nochmal richtig Asche für. Er hat auch die Hochzeit für planen. I just, you know, I want to share it with you for the absolute rest of my life. And. Oh. Das ist dope. Das ist sehr dope. Would you marry me? Ja, Mann, so geht das, Bruder. Oh, jetzt nicht aufweinen, Alter. Hol sie dir, Bro. Das ist schon sehr süß. Das ist schon sehr süß. Hol sie dir, Alter. Und auch der Mut, den Ring in so eine riesige Kiste zu packen, hat was. Huah, huah, huah. Ja, der Typ macht den Moment komplett kaputt. Okay, ich weiß jetzt nicht, was mit Shrek da gerade los gewesen ist tatsächlich an der Stelle, aber ey, so macht man's, Leute. Ladet euch nicht Shrek zu eurer Geschichte ein, aber sonst passt das, okay. Ja, das war schön, wenn er so gesagt hat. Wir haben uns auf Twitch kennengelernt. Oh, das macht Sinn, dass du es jetzt auf Twitch machst und so bei Battlefield. Das passt perfekt. Guter Moment. Das andere war nicht topnotch. Ich habe euch gebetet. Der Grand Prize ist nicht für euch. Ich habe eigentlich etwas für Leslie. Und dann ist man aufgeregt. Ja, ich habe alle in der Chat verhebten. Sie sagten, nein, ich habe gebetet. Guck mal, guck mal, diese ganzen, diese Emotes, diese Emotes. It's time, it's time, it's time. Sie liest doch den Chat schon, sie weiß doch, was abgeht, oder? Leslie, I have a prize for you. I won. Don't look at me like that. Er hat sogar einen Anzug an. Guck mal, wie es geht. Well, so basically. What's the prize? Boah, das ist schon cute. Das ist schon sehr cute. Aber das ist aufgeregt. Okay, I'm gonna make this as awkward as possible and string it out for as long as possible. Save a Newton video, let's go, bro. What? He's not. Okay, whoa, chill, chat, 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 chill. I know he's not. I know. Wait, why are you in a suit? I've been in a suit all day. Wait, I can't tell. Is he really? All right. So I have a prize for you, okay? That's not a ring, chat. I have here a prize for you, okay? Oh, my heart dropped. Wait, why? Because I thought you were gonna be gone. Oh, my God. Das ist aber cool. Das ist aber geil. Relax, relax. Das ist aber wiederum cool, weil sie rechnet jetzt gar nicht damit. Oder läuft sie auch damit. Oder ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ihre Reaktion ist, Alter. Ich habe wiederholt aus der Chichi jetzt so eine Big Mac-Schachtel raus oder sowas, wo ihr denkt, aha, ich kriege einen Burger und dann macht ihr das auf. Und da drin ist der Ring so doppelt getrollt, weißt du? Oder in dem Big Mac ist ein Pimmel drin und unter der Pimmel drin. Der Pfot ist ja auch egal. Oh, no, it's something big. I bet it's a Chipotle burrito. I have here a little something that I actually already gave to you. I gave it to you almost three years ago. I gave it to her, like, Mach schon! Bro, wir wissen doch alle, was kommt. And I made her a little, like, Rubik's Cube Box thing. And at the time... What are you getting me? What? What is this? Oh, das ist schon sehr süß, man. I got her. What is this? Relax, it'll be okay. Let me, let me say my piece, let me say my piece, okay? So I got her a little Rubik's Cube Box thing and I painted, I like custom-made it. It's actually pretty difficult to make. I, like, painted over it and, uh, at the time it was like a, it was like an inside joke, because we had, uh, a bunch of Rubik's Cubes that we, like, would always solve and stuff. And so I painted over it, but I didn't paint it solved, because it, um, I wanted to symbolize... Come on, sie versteht gar nicht, was abgeht. Sie ist komplett zoned out. And the Rubik's Cube was, uh... Sie heult gleich, guck mal. And the Rubik's Cube was, uh, unfinished, you know? And so, I basically stole it from her. She didn't know this. And so I have here... Oh mein Gott, ist das süß! Anni, bist du noch da? Ja, Alter. What I have here... I wasn't able to completely paint over it, okay? But I have here the same Rubik's Cube that I originally gave her. I yoinked it back from her, okay? I've painted over it. And so now it's completed. And, um... Basically, before I, I opened this, I wanted to say something to you, Leslie. No, you're not! Don't even... This is a debate! You're messed up! You are not proposing! What do you mean? This is a troll! What do you mean? You're trolling me! Is he trolling me? Relax! Oh! Relax, okay? I just wanna say... Come on! That's okay. I just wanted to say that I remember super, super vividly, like, the day that I walked into your apartment, and turning to my left, and I only knew Kimmy, right? And I turned to my left, and I stumbled upon you, like, jankily, like, washing your dishes, and you were kind of just caught, you're like, huh? Hello? It's, like, very characteristic of you, you know? Personally, I've grown so much. Guck mal, wie ich nette Sachen der sagt. Guck mal, der ist so ein good guy. One thing that people realized, that I knew from before... Oh, God! ...is that they found that I was just a nicer person, I was a more gentle person, a more caring person. I think that that was all because of you, honestly. I've just become a better person. It's so cold. It's so cold. It's so cold. You've changed my life completely and utterly, and... Oh, fuck, I have so Gänsehaut grade. I can't imagine... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. So, Leslie... In here, I have... I have my mom's ring, that she got from her... from my dad. For... For... When he proposed to her. Oh, no. Is that schön. Oh. Fuck, man. So, Leslie, will you marry me? Oh, das ist so süß. Okay, ich bin am heulen, ich kann nicht mehr. Oh, mein Gott, ist das schön. Oh. Oh, mein Gott. Das ist schon sehr süß. Are you serious? Are you serious? Are you serious? You're not trolling me. I'm not trolling. I'm not trolling. Wie nice muss der in Beziehung sein? Oh, Gott, ist das süß und wholesome und nice und alles einfach. Ich will bald bleiben. Ich fand, das war echt so ein sehr perfekter Heiratsvertrag. Auf jeden Fall. Anekdoten. Er hat eine kreative Idee, Anekdoten. Er hat Sachen gesagt, nicht sowas wie, du bist meine beste Freundin und mein Partner, sondern was sie an ihm verändert hat. Ich fand's sehr perfekt. Ich bin gut. Ich will den Mann heiraten. Okay, wow. Ich seh grad schon den Typen hier. Ich glaube, der wird's nochmal übertreffen, weil der spielt Piano. Ja, Piano-Spieler sind immer so krass. Warte mal, links ist das Paar? Oh, wow, okay. Du hast eine verschiedene Kamera links und rechts ist live. Ich verstehe. Ja, 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 ja. Das ist voll süß. Oh mein Gott, ich hab grad so geistkrank Gänsehautkick bekommen. Voll das schöne Geburtstagsgeschenk auch einfach, ne? When I first met you, I was so scared. I wanted to scream and shout. Well, I can't imagine. Weil das ist so unglaublich süß. Das ist so süß. Oh, da ist eine Spannungskurve drin. Oh, da ist eine Spannungskurve drin. Spendin' my life with you, B. First class. So turn around and look at me. I can't imagine. Cause I have got so... Oh! 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 Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! 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 Oh, Alter! Das wollte ich nicht. Ich wollte doch einfach nur ein Video machen. Ich dachte, wir gucken so lustige Videos. Ist das süß. Ich bin so glücklich gerade. I just made your day. Nice. Alter, boah. Ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen Inspiration daraus ziehen kann. Anni, wer weiß, vielleicht ziehen wir daraus auch ein bisschen Inspiration. Ja, Alter. Ich will einfach nur nehmen meinen letzten Heiratsantrag machen. Einfach, um es besser zu machen als die. So kompetentiv bin ich. Okay, also ich dachte gerade, du wolltest generell einfach random irgendeinen Heiratsantrag machen. Ja, einfach, um einen besseren Heiratsantrag noch zu machen. Okay, arbeite das aus. Warte, bis du jemanden gefunden hast, den doch wirklich heiraten willst. Mach es nicht einfach so, Anni. Das ist wichtig. Aber ich kann noch was Romantischeres machen. Ich glaube, ich kann das richtig. Dann mach das, wenn du die Person dafür auch dann auch hast. Ich weiß, wie lange das dauert. Ich will jetzt. Gut, dann bin ich damit raus an der Stelle, meine Freunde. Das war es für dieses wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Anni vorbei. Alle Videolinks sind zum Heulen in der Videobeschreibung, meine Freunde. Und das war sehr holzend und es tat uns sehr gut. Oh, das ist so schön, Alter. Ich hoffe, ihr hattet einen ebenso schönen Moment wie wir. Schaut bei Anni vorbei. He said yes. Oh mein Gott. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das ist so schön. Tschüss. Achso, tschüss. Tschüss, sorry. Wieder voll drin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.